In diesem Editing-Kapitel erfahren Sie, wie Sie in wenigen Minuten ein Musikvideo oder eine Fotopräsentation erstellen. Klicken Sie auf die Bibliothek-Registerkarte. Unten sehen Sie zwei Schaltflächen. Smart Slide und Smart Movie sind Optionen zur automatischen Filmerstellung in Studio. Smart Slide erstellt aus Ihren Fotos beeindruckende Dia-Shows. Und mit Smart Movie kombinieren Sie Videomaterial und Fotos zu spannenden Videofilmen. Einfach Videos, Fotos und Musik hinzufügen und Studio erledigt den Rest. Erstellen wir also einen Smart Movie. Klicken Sie auf die Smart Movie-Registerkarte. Das Smart Movie-Fenster wird geöffnet. Sie sehen drei Hauptbereiche. Den Ablegebereich für Fotos und Videos, den Audio-Ablegebereich und den Einstellungsbereich. Wählen Sie ein paar Videoclips aus. Und als nächstes einige Fotos. Sie können sogar die Reihenfolge ändern, je nachdem, wo Sie die Elemente ablegen. Wir können sie sogar zwischen anderen Fotos und Videoclips platzieren. Für den Soundtrack können Sie beliebiges Audio-Material benutzen. Klicken Sie im Audio-Ablegebereich auf Soundstage, um Scorefitter zu öffnen. Das ist ein eigenes Musikproduktionsprogramm in Studio. Es wird das Scorefitter-Fenster geöffnet, indem Sie Ihre Musikspur überprüfen und anpassen können. Nun können Sie verschiedene Beispiele ausprobieren. Wählen Sie mal diese Kategorie aus, diesen Song und diese Version des Songs. Jetzt legen Sie fest, wie lange die Musik sein soll und können die Auswahl überprüfen. Jetzt klicken Sie aber auf Zum Film hinzufügen. Sie sehen, dass die ausgewählte Musik den Audio-Ablegebereich ausfüllt. Nachdem alle Fotos, Videos und das Audio in Smart Movie hinzugefügt sind, sehen wir uns die Einstellungen an. Hier geben Sie Ihrem Video-Film einen Titel. Sie können die Klipplänge ändern, um die Geschwindigkeit Ihres Musikvideos anzupassen. Und Pan und Zoom ist eine Profi-Funktion, die Bewegung in Ihr Video bringt. Über Video-Spur-Lautstärke passen wir den Mischpegel des Soundtrack-Audios an. Durch Aktivieren des Kontrollkästchens Foto-Video-Mix verteilen wir Fotos und Videos gleichmäßig über das Musikvideo. Unter den Video-Einstellungen legen Sie Seitenverhältnis, Größe und Bildrate fest. Verwenden Sie die Standardwerte und schließen Sie das Fenster. Jetzt klicken Sie auf Vorschau. Studio verarbeitet nun all diese Informationen. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, klicken wir im Player-Fenster auf Wiedergabe. Sieht doch richtig gut aus! Für einen Feinschliff Ihres Videofilms klicken Sie auf die Bearbeiten-Schaltfläche. Dadurch öffnen Sie den Film im Film-Editor. Lassen Sie uns einige Überblendungen und Clip-Längen ändern. Die Vorschau starten Sie mit der Leertaste oder der Wiedergabe-Schaltfläche. Mit Studio macht die Filmerstellung richtig Spaß! Hallo, ich bin Paul Holtz von Class on Demand. Dieses Einführungskapitel war nur ein schneller Überblick über das kreative Potenzial und die Flexibilität von Pinnacle Studio 16. Wenn Sie mehr über die Videobearbeitung mit der preisgekrönten Pinnacle-Technologie lernen möchten, der Millionen Anwender weltweit vertrauen, dann bestellen Sie Ihr Class on Demand Complete Training for Pinnacle Studio 16 auf der Pinnacle-Website. Im Namen von Pinnacle und Class on Demand Danke fürs Zusehen!